Liebe Freunde der Paradoxen-Strategie, hier ist euer Steinwallen, ja. Und jetzt, wo alles gelaufen ist, da bemühen sich tatsächlich auch noch die, oder sagen wir lieber, bequemen sich auch sogar die Franzosen dazu, hier mal in diesen Krieg gegen die Osmanen mit einzusteigen. Tja, so sind sie. Nun gut, wir hingegen werden, habe ich mir überlegt, langsam unsere Einheiten abziehen. Wir haben hier, was ist denn das? Wir haben, okay, wir führen die mal zusammen, wir haben hier 23 Großschiffe. Haben wir da noch welche bekommen, ist ja großartig. Die werde ich jetzt mal abspalten. Genau, hier. Wir werden nämlich langsam die Großschiffe mal abziehen und, ja, wo bringen wir sie hin? Nach Valencia und stilllegen, denn sie werden nicht mehr benötigt. Nicht mal für die Blockaden, wo sie kosten ja doch eine Menge Geld. Deswegen ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man das tun kann. Und wir haben hier oben noch 10 Großschiffe. Die kommen auch zurück nach Valencia. Und dann müsste es, ist das auch eigentlich gewesen sein, ne? Das sind unsere Galären. Hier haben wir Transportflotte. Die Flotte ist hier. Das sind auch noch Galären. Ja, mit denen können wir da gerne ruhig noch bleiben. Und dann habe ich hoffentlich nichts übersehen. Was sind das für 10? Ach, hier sind noch 10 leichte Schiffe. Ach, das waren die Piratenschiffe, die wir gegen die Osmanen eingesetzt haben. Das machen wir... Ne, nicht Piraten jagen. Das machen wir nicht, sondern... Ähm... Wieder auf Freibeutemissionen würde ich sie senden. Und zwar... Wo finde ich jetzt die Osmanen am schnellsten? Bosporus. Da schicken wir sie wieder hin. Die hatte ich ja ganz vergessen. Okay. Soweit so gut. Dann haben wir völlig übersehen, dass... Oder ich habe... Beziehungsweise ich habe vergessen, dass wir ja unseren Entdecker verloren haben. Und da wir noch nicht alles entdeckt haben, werden wir auf jeden Fall ein Neuen uns besorgen. Aber wir haben im Moment gar nicht die diplomatische Macht. Aber demnächst. Wir lassen mal weiterlaufen. Im November sollte es schon soweit sein. Genau. Und Panzer Cola ist auch schon soweit gewachsen, dass sie selbstständig ist. Dann machen wir mal erstmal den Kram weiter. Noch haben wir keinen Kolonisten, aber jetzt... So. Nochmal zurück. Wir wollen einen neuen Entdecker. Kostet uns wieder diplomatische Macht. Ich glaube, wir brauchen für diesen Frieden, wenn wir nur Polen, Provinzen geben, brauchen wir gar keine diplomatische Macht. Insofern ist das jetzt verantwortbar, die Aktion. Aber wir wollen ja unbedingt weiterentdecken. So. Und wo haben wir die Flotte? Hier. Und ich glaube, sie war mit ihrer Aufgabe noch gar nicht vorangekommen. Die Küste von Beijing zu erkunden. Das wird der neue Mann also jetzt tun. So. Und dann erinnere ich mich, dass wir hier unbedingt einen weiteren Hafen ausbauen wollten. Aber auch das geht jetzt nicht, weil wir nicht die Administrationspunkte dazu haben. Okay. Dann ist das so, wie es ist. Wir... Und ich befürchte, als letztes noch gesagt, dass wir vermutlich damit leben müssen, dass wir nicht auf diese 80 Prozent kommen. Dieser kleine letzte Zipfel hier fehlt. Und es gibt kaum noch gegendrische Armeen. Hier ist noch eine. Die können wir vielleicht nochmal angreifen. Na gut, wir würden die Belagerung wieder abbrechen. Aber belagern ist sowieso egal jetzt. Wir versuchen es mal. Sie hauen natürlich ab 16. Aber wir sind eher da. Und wir kommen nicht... Wir haben immer noch nicht. Das reicht nicht. Wir kriegen die 80 Prozent nicht. Es ist zum Verrücktwerden. Und der Gegner baut jetzt auch keine Armeen mehr. Die haben wahrscheinlich nichts mehr zur Verfügung. Ich muss mal gucken. Wer ist denn hier eigentlich noch unser Gegner? Wir müssten eigentlich noch eine erfolgreiche Schlacht schlagen. Gegen die Osmanen vielleicht. Aber dazu müsste man auch nochmal osmanische Truppen sehen. Die gibt es auch nicht mehr. Da sind noch 1.000. Aber das bringt auch nichts. Ja, wir haben es nicht hingekriegt. Wirklich die Überlegenheit zu demonstrieren. Das ist erbärmlich. Aber es ist so. Aber gut. Der Kriegsstand ist auf 55 Prozent. Wir haben schon gesehen, dass wir drei Provinzen kriegen könnten für Polen. Wir warten nochmal ab. Vielleicht kriegen wir noch eine vierte. Und vor allem schauen wir mal, was jetzt hier die... Ja, die Böhmen machen in diesem Frieden. Den sie vermutlich bald verhandeln werden. Denn viel ist ja nicht mehr übrig von den Osmanen. So, das Jahr 1557 bricht an. Wir hatten doch... Hatten wir nicht 40 Großschiffe? Irgendwo müssen noch Großschiffe versteckt sein. Das verstehe ich nicht ganz. Wo sind sie? Ich habe sie verloren. Sind die hier irgendwo? Da sind sie nicht. Ich muss jetzt noch mal alles durchgehen. Da sind sie auch nicht. Hier natürlich auch nicht. Hatten wir nur 30? Wir hatten doch 40 Großschiffe. Oder haben wir bei irgendeiner Schlacht Großschiffe verloren? Hm. Sie bleiben verschollen. Repariert brauchen sie nicht werden. Sondern wir wollen sie direkt stilllegen. Und das sollte dann gravierenden Einfluss auf unsere Bilanz haben. Die jetzt schon bei plus 30 liegt. Oha. Da können wir eigentlich direkt mal gucken, ob wir uns hier noch den einen oder anderen doch jetzt so richtig teuren Berater leisten können. Oder wir gehen auf plus 2 bei Militär. Wäre auch eine Möglichkeit. Was gibt es denn hier? Der kostet 20 monatlich. Anstatt 8. Anstatt 9. Okay, das wären 11. Das könnte man eigentlich mal akzeptieren. Aber wir brauchen eigentlich, brauchen wir vor allem jetzt administrative Punkte. Weil wir hier unbedingt so schnell wie möglich auf 14 kommen müssen. Insofern gucken wir mal. Nationaler Steuermodifikator plus 3. Und hier haben wir Produktions-Effizienz. Ich glaube, wir machen das. Wir nehmen jetzt diesen. Rashid Ibn Idris. Ja. Ähm. Gut. Da ist offenbar unser Enrique IV tolerant genug, wenn es ums Geld geht. Auch einen eigentlich, ja, verfeindeten, ketzerischen Schatzmeister zu wählen. Gut. Auf jeden Fall, unser Kriegsstand steigt. 56. Und auch Zumba ist eigenständig. Okay. Und das heißt, wir können hier irgendwo weitermachen. Was ist denn hier oben? Buton. Wir können nach Flores gehen. Vielleicht nicht schlecht. Gibt es hier irgendwo eine wichtige Handelsprovinz? Hm. Hier. Aber die ist schon durch Brunei. Besetzt, ne. Machen wir hier auf die Insel weiter. So. Dazu brauchen wir aber diese Flotte. Die ich da eigentlich schon längst hätte mal hinschicken können. Nein. Wir können aber natürlich schon einen Kolonisten senden. Ganz klar. So. Mensch. Das dauert aber. Ich glaube, wir können auch mal die Geschwindigkeit erhöhen. Der Krieg ist ja jetzt nicht mehr so spannend geworden. Und. Was ist das? Barmanes ist verwestlicht. Das Sultanat Barmanes. Okay. Wieso das denn eigentlich? Wegen der Portugiesen. Tatsächlich. Oha. Interessant. Naja. Portugal ist schuld. So. Wir sind da. Wir gehen an Bord. Und gehen dann nach Flores. Geht nicht so einfach. Und was haben wir? Ein Friedensangebot von Morco. Das ignorieren wir natürlich völlig. Okay. Und die Küste von Beijing ist erforscht. Damit sind hier komplett die Küsten erforscht. Und als nächstes wäre eigentlich Korea dran. Mal gucken, ob es uns schon angezeigt wird. Die Wasser von Nippon. Oder Girin. Nehmen wir mal das. Ja. Genau. So. Wir sind immer noch nicht auf Flores angekommen. Barmanes dürfen wir nicht mehr angreifen. Weil sie jetzt verwestlich sind. Das stört uns aber wenig. Und da marschieren wir hinauf. So. Und Marokko ist jetzt davon überzeugt, dass sie nicht mehr gewinnen können. Und da habe ich es etwa jetzt doch geschafft. Ne. Wir haben. Ja. Das ist aber doch krass. 80% so knapp. Daran gescheitert. Ah. Da ist noch eine marokkanische Armee. Vielleicht wird es doch noch was. Aber diesmal gehen wir mit unserer Armee dahin. Vielleicht wird es doch. Ach. Da sind schon die Portugiesen. Zählt das jetzt auch für uns? Ja. Tatsächlich. Wir haben es jetzt mit der letzten Schlacht. Da haben wir es hingekriegt. Okay. Das heißt theoretisch. Würde der Kriegspunktestand noch um 25% steigen können. Einfach so durch Zeitablauf. Das dauert allerdings auch seine Zeit. Aber die Zeit haben wir ja. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Kümmern uns nicht groß um die Dinge. Wir verdienen Geld ohne Ende. Trotz des neuen Beraters. Immerhin noch 25. Die nächste Kolonie ist fertig. San Augustin. San Augustin. Apaletschi sehe ich hier. Ach. Da. Achso. Ja. Die ist nicht fertig. Da ist nur der Kolonist angekommen. Alles klar. Und die Azteken erklären den Mitsteken den Krieg. Ich dachte, die werden jetzt alle miteinander verbündet. Das ist natürlich perfekt. Das ist für uns dann die Gelegenheit. Schauen wir uns das kurz an. Wir lassen sie mal ein bisschen kämpfen. Und dann erklären wir den Krieg. Und dann können unsere Vizekönige dort sich auch einmal ein bisschen üben. An der Kunst der Kriegsführung. So. Dukala ist in unseren Händen. Tja. Da ist noch mal der Gegner aufgetaucht. Aber das ist eigentlich egal. Ich glaube, wir belagern jetzt mal Tlemzen. Tlemzen. So. Unsere Manpower ist aber absolut am Boden. Absolut am Boden. Wir brauchen eigentlich auch gar nicht so viel. Ich meinte, diese Kanonen. Na doch. Die sind schon hilfreich. Diese 7000 Kanonen. Das geht schon sehr schön viel schneller. 63 Prozent. Langsam tickt das Ganze jetzt hoch. Und Marokko will Frieden. Ja, natürlich. Und Santa Fe ist selbsterhaltend hier unten. Das heißt, wir können weitermachen. Und mein Plan ist, dass wir hier am Rio de la Plata hier weiter hoch gehen. Und zwar in Richtung dieser wichtigen Provinz. Ein wichtiges Handelszentrum. Plus 20 Asunción. Da werden wir uns vorarbeiten. Das heißt, als nächstes hier. Aber was sind das für aggressive Indianer? Das ist ja der reine Wahnsinn. So. Das heißt, die 3000 Mann sollten hier unbedingt mal in den Dschungel gehen. Und wir gehen zurück hierhin. Okay. Und bekämpfen wir erstmal... Ach, das sind deutsche Ordens-Truppen. Die mit uns dort marschieren. Und endlich ist die schwere Plage ausgelaufen. Die hat uns richtig... Das hat richtig reingehauen. Jetzt müssten wir eigentlich im nächsten Monat... Ja. Plus drei oder vier Dukaten. Sehr schön. Und die Briten... Was ist denn das bitte? Die erklären den Mixteek in den Krieg. Die wollen wieder Fuß fassen. Ich glaube es nicht. Wie bitte? Wie kommen... Wie wollen die denn da bitte hinkommen? Durch mein Land marschieren oder was? Ach, die haben... Vermutlich haben wieder unsere idiotischen... Das muss ich jetzt mal so sagen. Vizekönige, denen ein Durchmarschrecht gewährt. Oder was ist das? Nee. Eigentlich nicht. Oder? Sieht man das nur... Bei Großbritannien. Gucken wir uns das mal an. Hat durch mein... Nee. Von Österreich Mailand. Wie kommen die denn auf diese Idee? Oder sind die irgendwo? Und ich habe es nicht gecheckt. Oder wollen die mit der Flotte von hier eingreifen? Okay. Das ist jetzt für mich der Grund, auch den Mixteek in den Krieg zu erklären. Hilft nicht. Haben wir einen Kriegsgrund? Ja. Überlegenheit demonstrieren. Ja. Das machen wir. Kolima ist auf deren Seite. Ist egal. Aber unsere... Unsere Kolonialnationen werden hoffentlich jetzt schneller sein als die Engländer. Das ist der entscheidende Punkt. Wir gucken mal kurz, was wir hier gemacht haben. Wir stellen die mal auf aggressiv. Das ist gut. Und dann sollen sie loslegen. Wie sieht es diplomatisch aus? Oh Gott. Wie armselig. So. Kolima-Ertas-Bündnis. Ach so. Da kommt noch einer dazu. Sehr schön. Einer mehr, der in die Hände unserer Kolonialnationen kommt. Allerdings sind das auch die Renitenten, muss man dazu sagen. Die da eigene Besteuerungsrechte wollen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die werden jetzt natürlich noch stärker. Aber gut. Das wird über kurz oder lang sowieso der Fall sein. So. Oh. Jetzt sind die Franzosen hier aber massiv dabei mit 40.000 Mann. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, was aus den Osmanen wird. Also so eklatant. Wow. So. Jetzt ist es soweit. Wir können in administrative Technologie investieren. Das bringt Kunstakademie. Oder wir können die Regierungsformen ändern. Aber vor allem rücken wir näher an das Ziel, eine weitere Ideengurbe zu bekommen. So. Ja. Kunstakademie. Im selben Maße, in dem Herrscher aus Gründen des Prestiges als Kunstpatronen auftraten, erhöhte sich der Bedarf an Künstlern. Seit der Gründung der ersten Kunstakademie im Florenz des Jahres 1563. Da sind wir ja ganz gut in der Zeit. Maß jede Herrscher von Rang einer solchen Einrichtung große Bedeutung bei. Okay. Und wir können damit jetzt auch eine Kunstakademie bauen. Und wie viel kostet die eigentlich? Die kostet 1031 und bringt Stabilitätskostenmodifikator minus 5%. Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Ehre, sowas zu besitzen. Wie ich finde. Zoll auf Salz haben wir. Die Salzproduktion in unseren Kolonien ist ins Blickfeld gerückt. So, entweder machen wir jetzt mehr Zollwert oder erhalten diplomatische Macht. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wenn man jetzt den Zollwert erhöht, wir können das jetzt mal einmal austesten, ob dann auch das Freiheitsbestreben betroffen ist. Das hängt ja von den Zöllen ab. Aber hier steht Zölle plus 20% und wir haben Zölle 27. Insofern kann das, glaube ich, keinen Einfluss haben. Wir machen das mal. Wir besteuern sie. Und dann gucken wir uns das an. Okay. Nee, das hat doch Einfluss. Gut, das war es jetzt das letzte Mal, das ich gemacht habe. Freiheitsstreben, ja. Okay. Mich wundert halt, dass hier Zölle 33% steht und hier plus 25. Ah ja, okay. Da steht es auch. Derzeitiges Zollverhältnis. Ach so, das ist die Basis. Ah, okay. Und das wird dann erhöht um plus 15 und plus 20 und kommt dann insgesamt auf eine Effizienz von 33. Gut, dann habe ich wieder was dazugeerlernt, liebe Freunde. Das führt dazu, dass wir da das nächste Mal etwas vorsichtiger sind. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt, das Ganze. So, und einen Pirater haben wir frei. Oh ja, der ist gestorben. Gut, dass wir ihn nicht ersetzt haben. Und ach, Piraterie, richtig. Ich erinnere mich, dass ich eigentlich die Doktrinen herausgegeben habe, nicht mehr Piraten anheuern zu wollen. Fehlt mir gerade ein bei diesem unglücklichen Ereignis. Das kennen wir schon. Und wir bekommen nationalen Handelsmodifikate um minus 15%. Liebe Freunde, ich habe es vergessen und ich werde das jetzt auch wieder beenden. Das ist nämlich Mist. Wir sind eine absolute Handelsnation. So habe ich nämlich das letzte Mal auch argumentiert. Und es ist einfach blöd. Es ist einfach blöd. Wir schneiden uns am Ende selbst ins Fell mit dieser Aktion. Also machen wir doch lieber Handelsschutz in Richtung Sevilla. Müssen das jetzt einmal hinnehmen. Und vor allem müssen wir einen neuen Berater anheuern. Und dann nehmen wir den hier. Fausto Elcano. Gut. So, was macht der Kriegsstand? 75%. Ja, das ist doch gefährlich. Das ist doch gefährlich. Wir können es eigentlich immer noch weiter durchziehen. Es gibt keinen Grund jetzt aufzuhören, bis wir nicht die 100% haben. Da sind jetzt schon die Litauer sind schon fast am Kaukasus. Sie sind schon am Kaukasus. Was für ein Debakel. Wer ist denn da eigentlich jetzt? Ach, ein Regentschaftsrat auch noch. Der alte der alte Mustafa I. Der ist gestorben. Wahrscheinlich in Schimpf und Schande irgendwo verschacht worden. Was er dort mit diesem Land angestellt hat. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon hier Verlustquoten. das heißt, wir müssen hier mal welche rüberbringen. Oder wir könnten eigentlich mal die Söldner nach Hause schicken. Das hätte ich schon nächstes Mal machen können. Also bitte. Ne, das sind jetzt nicht die Söldner. Das sind die Söldner. Ihr könnt nach Hause gehen. So. Euch brauchen wir nicht mehr. 77% und auch hier sind wir schon bei 30%. Wird hier schon fleißig belagert. Und vor allem sind die Engländer hier schon irgendwo. Hier sind die Azteken, hier sind die Spanier. Aber keine Engländer in Sicht. Das ist auch echt eine freche Aktion, muss man mal sagen. Eine wirkliche Provokation. Und die Silberflotte ist da und was wir echt auch mal tun müssten. Oh, wir haben einen neuen Kaiser. Franz II. Ist nach wie vor Kaiser. Ich dachte schon, es wackelt ein bisschen. Der ist aber noch nicht alt genug, aber ein sehr fähiger Mann. Drei Jahre und schon zum Kaiser gewählt. Und ein Jagdunfall, liebe Freunde. Unser König. Sein Körper wurde von jemandem in weißes Leinen gehüllt, das nun von seinem Blut rot wird. Sie sagen, dass er neben seinem Pferd auf einer Lichtung im Wald gefunden wurde. Ihr kennt den Ort, den sie meinen. Sein Gesichtsausdruck ist fast friedlich. Ihr lehnt euch vor, sein Gesicht zu berühren. Die schreckliche Wirklichkeit der Situation wird euch klar. Die Kälte, die ihr fühlt, ist die des Todes. Nicht unser König, sondern unser Nachfolger. Carlos wird sterben. Und wir können wählen, ob wir Prestige verlieren oder Stabilität. Und ich wähle aber Prestige. Stabilität will ich jetzt nicht verlieren. Na ja, Carlos war sowieso nicht unser Lieblingsnachfolger. Wollen wir Kriegsteuern verlängern? Ja, machen wir. Carlos ist gestorben, aber Gott sei Dank folgt ihm Felipe. Und Felipe ist ja wohl ein sehr guter Felipe. Ne, wir sind gar nicht hier bei uns. Felipe ist auch schon elf. Mal gucken, ob wir einen Regentschaftsrat kriegen. 51 ist unser König. Wir werden es sehen. Comedia dell'Arte Aufführung. Hört, hört. Lasst los Pantalone, Harlequin und all die anderen Charaktere der traditionellen Comedia dell'Arte auf die Bevölkerung und seht, wie sie von ihren Ausbrüchen unterhalten wird. Eine gute Komödie kann jeden für eine Zeit lang vergessen machen, wie sein tägliches Leben unter der tyrannischen Herrschaft verloren geht. Außerdem macht es Spaß. Welche tyrannische Herrschaft denn? So, entweder wir bekommen Prestige und verlieren administrative Macht oder nein, so soll es geschehen. Selbstverständlich. Das kommt uns doch genau recht. Gut, liebe Freunde, das wäre es erstmal für diese Folge. Gott sei Dank haben wir nicht den König, sondern nur in Anführungsstrichen den Thronfolger verloren und ich prophezeie mal einfach so, in der nächsten Folge wird es zu einem Friedensschluss kommen. Wir werden sehen. Macht's gut. Bis dann. Euer Steinwald.